Ich will euch mal bei Super Mario 4 sehen. Wir gehen nochmal ganz nach oben. Weil ich befürchte da oben noch nicht gut. Und dann kommen wir uns um die nächste Zeit Challenge, die auch da oben ist. Ich bin bei uns mit einer Tür, glaube ich, schon gesehen. Wir gehen aber jetzt nochmal hier hin. Das ist einfach so gut. Da oben sehe ich Münzen auf diesen Türmen. Oh, das ist ja eigentlich ein Münzen. Oh, und ein Powermond. Dann schaffen wir uns doch den. Gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann checken wir die Türen aus. Bis danno. Ciao.